Herzlich Willkommen zurück Leute Fortnite Battle Royale mit Kapuze Gundren und Alex Guten Tag. Guten Tag. Hallo Scheiße. Ich hab die Pistole. Eine ist electric. Aber er hat die Muni. Ist nicht so schlimm. Du hast ja 30 Schuss. 30 sind es nicht. Muss schon aufpassen. Sein Kumpel pusht mir. Sein Kumpel hat nur Shotgun gehabt. Hebt ihn auch vor ihm. Hebt ihn auch auf. Ach Come on. Der hat kein Leben mehr. Komm zu mir. Schnell. Kaput. Alex. Sehr gut. Du musst erst rauskommen. Du musst rauskommen. Musst rauskommen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Am Container. Er kommt jetzt um zu töten. Jetzt kommen sie. Der andere hat nichts. Der will mich mit der Pickaxe töten. im Container. Ich scheiße aufs Allborn. Ich hole euch einfach so. Ich geh in die Ecke. 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 Alle wollten finishen. Nein. Geht so kaputt. Okay. Es ist egal. Es ist egal. Ich geh zu Alex. Ja. Ich hab's grad nicht wahr. Aber alle wollten finishen. Also da gab's keine Ecke. Das ist nicht unser Tier. Die waren nicht verliebt gerade. Das war ja okay. Außer der mit der Pickaxe. Richtig. Genau. Und der war mir auch. Der wollte mich auch direkt damit machen. Genau. Da ist es in der Ecke. Ja, 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 ja. Das war auch keine Heilung. Was hast du getroppt? Nee, ne, ne. Das hat doch einen in der Hand. Ja, dann nimm ich halt nicht. Dann nehme ich die anderen Witte. Kunde und Boston eine Ecke. Ich hab auch, danke. Ich hab Heiler Musik, den, glaub ich. Ja. Ist da oben noch was? Nee. Tada. 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 Wenn wir noch eine grüne Schott kann, nehme ich mal mit, weil sie die wollt. Ah, weiter. Soldi Springs. Ich komm sofort. Ich hab noch zwei Bandagen. Äh, ja, gibt's halt, weil nicht. Na, Gegner sind auf jeden Fall Sottis. Es bringt zwei Teams, die sich gerade angreifen. Genauso wie im Westen treffen wir aufeinander. Rechts außen läuft einer. Außerhalb der Stadt fast. Und in der Stadt. Also da brauchen sich welche hoch. Aber rechts außen ist auch noch wer. Machen wir hier noch ein Dach? Machen wir hier noch ein Dach? Ja. Oh shit. Oben hat ein Cleaner zu kommen? Ja. Das war ein bisschen früh. Ja. Das war anders Haus. 195 im Haus. Hat nur noch vier Schuss. Ist ne ganze Game. Einen hab ich. Jo. Sind auch da. Aber da braucht noch einer. Da braucht noch einer. Da ist noch mehr drin. Sicher? Ja, ja. Da waren zwei Leute haben mindestens auf mich geschossen da raus. Ja, ja. Zwei sind da auch drum gestorben. Achso. Ach. Wahrscheinlich an der Net gestorben. Wo sind die anderen? Alex, Sniper. Ja, willst du die Pumpkan? Ja, die graue. Ne, die andere hätte ich genommen. Grün? Ja, genau die. Danke. Na, durch die Pistole. Du hast nicht Sniper droppt. Äh, schluss nicht getroppt. Sniper schluss liegen draußen hier. Ja, bin hinter dir. Ja, danke. Das war auch schon welcher hattest. Da lagen ja 100 Gegner. Ne, ne. Hat den vielleicht der Air Moaning? Ich hab ein bisschen mehr. 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 26. Ich hab ein bisschen mehr. Ich hab ein bisschen mehr. 26. Ich hab ein bisschen mehr. 26. Komm dann gibt's dir was von? Ich dropp hier, ja. Geil, danke. Noch einer, ne grüne Shotgun. Äh, Einzelschuss. Ne, ist noch ne grüne da hinten. Da, da liegt ne grüne. Ne, Auto ist das aber alles, oder? Ne, hier ist nicht klar. Ne, das ist ne normale Grüne. Ja, okay. Ja. War jetzt nicht der stärkste Anfang, aber die Chore geht nach oben da ein bisschen. Ja, okay. Ja, okay. China Gebilde eigentlich schon wieder raus? Ne, da sind sie noch. Was sind raus? China Gebäude. Ich hab die noch gar nicht gesehen. Diese Schreine stimmt. Wir haben wirklich... Ah, 300 ist einer. Wo laufen die hin? Um dem Schrein. Okay. Chilte Towers fangen wir dann ab. Da kommen jetzt auch welche. Der Kunde hat ne Kiste drin, glaub ich. Ja, ist ne Kiste drin, rechts im Haus? Ja. Der Kotzbogen. Bei dem China Gebäude war schon einer. Äh, 330 liegt noch was blaues noch. Geh mal vor. Chilte, ne? Nice. Nein. Revolver. Schole. Die sehen schon cool aus, die Gebäude. Diese China-Dinger. Mit dabei Tilded Towers an dieser Ecke? Äh, links von mir und, also Süden und Westen. Ich werde auch nicht beschossen. Okay, dann lass doch mal Alex zurücklaufen. Ich bin unten. Ja, ich bin safe. Im Westen ist auch noch einer irgendwo. Im Westen ist super Action. Ja. Wenn du runterkommst, können wir da hingehen. Einmal zurückzukommen. Oh, ich verkeh ihn jetzt. Versuch grad runterzukommen. Alter. Hast du den Shot genachtelang? Ja. Alex. Ein pinker Stock. Hallo. Ich bin da Bär. Fuck. Lauf, Kunran. Einen hab ich. Okay, haben wir. Zwei. Ich höre noch mehr. Wir sind noch lange nicht da. Ja, ja, wir verstecken uns. Wir verstecken uns. Wir haben nichts zu bauen leider. Jetzt seid ihr da, ne? Ja. Ihr könnt hier finischen. Zwei Stück liegen da unten. Am Eiswagen. Bücherladen. Oh, die Snipermonie. Tut mir leid an dem Bus. Ab ein. Aus dem Haus. Kein Schild mehr. Nein. Links raus. Pakete. Zwei Teddys. Schießen auf mich. Werden mich finishen. Nein, werden mich nicht finishen, aber ich bin schon low. Und dann, ich brauche ne Wand. Jo. 29rp. Okay, heb mal auf. Unten im Laden ist auch noch einer drin. Haben, haben, haben. Selber laden unten noch wer, Alex? Haben noch einen. Selber laden. Unten ist einer durchgelaufen. Oben, 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 oben. Guck, du bist runter. Oben, 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 oben. Alex, ich hab Pinder die hoch gebaut. Direkt Norden. Zwei Leute. Drei. Ich hab's weggesprengt. Hab alle weggesprengt. Einer ist davon zu am Boden gestürzt. Hier ist ein Medipack unten. Hier unten ist einer drin. Einen hab ich down, der ist direkt gestorben. Ähm, wo wir herkommen. Oh Gott, lass mich hier rein. Leute, der gedaunt hat grad ein Schild gehabt. Äh, E. Leute, E. E. Hier, ich seh hier. Ich hab auch noch einen gedaunt. Ich hab auch noch einen gedaunt. Hat er jetzt gut gefressen, der Dude. Bei mir ist noch einer. Oh, fuck it. Bei mir. Da ist irgendwas lautes von mir. Ich bin, der killt mich. Hilfst du den Kun ran. Ich seh ihn. Du bist doch bei ihm. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Ja, wo der Name Kun ran steht. Ja, aber wie soll ich? Dude, seriously. Hör mal die Augen auf, man. Ja, Dude. Ich bin aber viel zu weit unten. Hast du die Dinge gekillt? Du warst weiter oben als ich. Aber ich hab's noch geschafft. Vor die Runden zu weit unten. Ja, gut, ich hab's nicht geschafft. Wo ist er hingekrochen? Wo bin ich auch noch? Ernsthaft? Der ist hier ins Gebäude gekrochen. Ne, ich war jetzt auf dem Dach oben. Und jetzt, weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich war schon lange immer innen drin. Ja, da ist er nicht mehr. Dann wird er jetzt wieder überleben in irgendeiner Ecke. Da liegt ein Gewicht danach. Ah, da ist er. Da, wo Kun er gestorben ist. Ja, aber ich war oben. Ja, du hast auch keine Anzeichen gemacht runter zu gehen. Dann siehst du auch, wie wenig ich wusste, wo der Kun dran war. Ja, aber du siehst ihn durch die Wand. Du guckst einfach da unten. Aber ich hab, ich dachte er war oben. Ich bin einfach straight weiter gelaufen, ne? Führt nur Informationen. Hattet ihr den im Westen gehabt? Der auf dem Berg war oben? Ähm, ne, der ist runtergegriffen, der ist um ihn gekommen. Äh, auf Dalu wird geschossen? Ähm, mit dem Pfeil. Das ist dann der Dude. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn sogar. Der ist da, genau da. Da, da drin ist er. Da, da drin ist er. Da drin ist er. Da drin ist er. Da drin ist er. Ja, ich seh ihn. Komm, jetzt ist er auf derselben Ebene wie du. Bei mir. Wow. Hast ihn? Ja ja. Der war direkt dran. Ja. Da drin ist er. Ich hab 17 AR. Äh, 33 wieder. Ich hab 17 AR. Sie ist auf mich. Oh, holy fuck wie präzise ey. Wir sind super präzise. Wir sind super präzise. Bist du deppert? Ihr könnt die Sculpt AR haben. Die hat 100% Genauigkeit. Ja, aber nicht so schnell. Also das ist, war jetzt auch krass. Du hattest bei 150 Damage grad mit 3. Ja, ja. Na du, ich war auch wieder. Dann war's die AK. Äh, liegt am Fuße der Treppe bei dir wahrscheinlich da, oder? Ähm, ne. Da wo du jetzt ungefähr bist, hatte ich dir gedroppt. Und irgendeiner. Ja, der hilft ihm jetzt, ne? Er wird gerade aufgehoben oben. Naja, ne doch. Okay, okay. Danke. 10 Sekunden plus Schild. Warte, ich schieße ihn den Boden weg. Der ist runter. Ne, der ist runter. Ne, da ist er. Der war da, ja. Äh, leben schon wieder beide. Geil. Das war in einem Berg, Alex. Ne, das war der Kopf von dem Dings. Ja, bei mir hast du ein Berg geschossen beim Zugung. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Hinter mir. Rabin. Einer kommt entgegen. Lol. Ich hab mich gerade gewundert, dass da fast jeder das runtergefallen ist. Der chip zu. Komm, runter rechts, komm. Rabin, Rabin, Rabin. Der war sofort tot. Einer ist leider den Berg runtergeflogen. Das sah super weird gerade aus, wie es aussah. Ja. Der Mann gedived. Der hat dir keinen Damage gekriegt anscheinend, ne? Doch. Falsch an. Das war noch ein anderer. Waren drei Leute. Achso. Boah, wie gut ich denke. 7 kills. Hab ich mich steppet? Sorry. Was liegt der Gold an? Nein. Uuuuh. Ja. Medi-Pack, ich hab drei Medi-Packs. Also, wenn nicht, Alex, Alex magst du vielleicht? Ja, musst du aber jetzt schnell droppen. Ich muss ja in die Zone, die da gerade kommt. Oh. Ich hab zwölf Raketen, Dalu. Brauchst willst du vielleicht? Hab keinen, ich hab nur zwei Shotguns. Okay. Ich hab 900 Holz. Wenn wer was braucht. Ah, ich seh welche. Nord-Osten bauen welche. Rechts, ja, ja. Schüsse auch von rechts. Pass auf, dass sie im Brun nicht wegschießen. Geht nicht mehr. Achso, wenn er im Berg ist, dann geht's nicht mehr? Nein, dann fällt der da nicht ab. Ah, okay, okay, okay. Dann geht nur die Platte kaputt. Ja, da will ich eigentlich hin. Oh, scheiße. Okay, Doppelturm. Ihr macht das. Liegt's weg? Ja. Tschüss. Die Kämpfer sind echt viele. Das sind alle, also es dürften die Reste hin sein. Ich komm mal auf mit. Da fliegt die hinteren an. Kaput sie, du machst das. Der eine hatte ich gesehen. Nee, hatte ich nicht gesehen. Pass auf. Unten unten. Bot geht's rauf, bot geht's rauf. Bot geht's rauf. Hinter dir Alex, rechts. Schön. Wo ist der letzte? Alex da unter dir, unter dir bot. Der ist jetzt runterkippt, der ist jetzt runterkippt. Der will aufgeben. Rechts von dir kommt auch noch einer. Der ist ein gutes Kampfgang. Das nicht. Derzeit abladen wir ihn. Sehr gut. Schöner Angriff. Oh, wie viele Kills? Drehen. Äh, vier. Sieben. Sieben. Außen Simon und Scharen Spieler. Ja, war eine interessante Runde, Leute. Wenn's euch gefallen, lasst einen Like da. Schauen wir einfach mal bei. Bis dann, Mats Gutschau. Tschüss. Tschüss.